Es sieht aus wie diese alte Anlage oder dieses Institut, aber nein, wir sind hier in der Brainfield Zone von Karen. In the end of the world haben einen ultimativ kranken Boss besiegt und werden es jetzt endlich wagen, dahin zu gehen. Los geht's. Wir sind bereit, weiter zu gehen. Best question ist, wie viele Sachen kommen noch? Antwort, ja. Und das hier scheint das Gebiet zu sein. Ihr erinnert euch, wo wir, glaube ich, hier gegenüber gekämpft haben. Was? 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 Corinne! Was? Alice? Alice, is that you? Alice morphed into another after coming into contact with the Extinction Belt. I had no idea the Extinction Belt could drop that low and close to the surface. I've heard that it's a rare occurrence. I've never seen it drop that low myself. Hey, notice anything about that Other? Yes. She was one of the ones who helped us fight alongside Naomi. I see. So that Other really was her. Did you guys meet Aunt Alice? I think she's supposed to be in Seiran's laboratory. We just figured it out now ourselves. Alice has already passed away. If that's true, then Corinne used the red strings as soon as he found out about her death. Which means my brother is after… We'll know when we see him. There's no doubt that he's here. I know everyone has a lot of questions. But don't forget what we came here to do. We're here to get his help. That's a pretty weird story. A pretty weird story. A pretty weird story. A pretty weird story. Also… Oh my god. Thank you. What? Die haben wir mich eingedroschen. Diese Wichser. Die kriegen jetzt auch die aufs Maul. Das reicht mir jetzt. Jetzt geht's los hier. Jetzt geht's dir so was auf die Fresse, Alter. Danke. Komm schon. Ah. Genau. Danke. Danke, Kacko. Ah. Ah, stirb. So, und jetzt zu dir. Da muss ich noch etwas tun. Das ist doch ein Weckspot. Du hast das. Wir werden das tun. Das ist doch. Wir werden das machen. Alles klar. Let's go. Das ist doch gar nicht. Die Fresse, Alter. Ich denke ich kann es nicht. Und meine Fresse sind meine Atme. Ja. So, dann kommt also nur noch ein Kampf. Und dann sind wir am Ziel. So, das ist der Chip wieder auf. Okay. Machen wir die Blatt, Alter, ja. So, und jetzt komm her, Alter. Perfekt. Oh ja, cool. Mal gucken, ob das uns was bringt hier. Ja klar, das bringt uns vollkommen was. Sehr gut. Mit Kasselnsam zu arbeiten ist echt fast zu praktisch, ne? Ich weiß nicht. Wir machen die gar nicht so blatt. Ich spare mir jetzt mal kurz die Zeit einmal. Ich glaube, wir müssen echt noch im Braindrive sein. Das dürfte uns wahrscheinlich das Ding noch mal aufladen. Das wäre nicht. Ich sehe, was wir mit dem Stein zu tun haben. Da ist eh der letzte Kampf hier. Das wäre ich sagen. Können wir uns noch einmal alles geben. So. Okay. 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 So. Und jetzt mal Recke. Perfekt. Perfekt. Wir haben noch sieben Sekunden. Perfekt. Wir kommen wieder raus. Wir sind hier durch. Das ist der Room. Den wahrscheinlich nur hier Kasselnsam gesehen hat. Oh Gott. Jetzt wird es so gespannt. Seid ihr genau so gekriegt wie ich? Let's go. Da wartet sie uns. Und los. Jetzt geht es schon. Und. Ach stirb doch mal. Wenn du mich angreifen willst, dann kriegst du auf die Fresse. So. Danke. Danke. Sehr gut. Oh. Hab ich gehört, dass wir wieder Braindrives sind? So. Ach komm. Ich mach jetzt einfach mit der XTC da arbeiten. Das ist ja am besten sowieso. Der ist raus. Der Nächste. Komm schon. Danke. Und tschüss. So. 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 Alter. Was? I know. So. Was? So weg. Und. Sehr gut. Sehr gut. Volltreffer. So. So. Jetzt verrechter. Danke. Nummer 1 ist raus. Und. Ich weiß. Und. Komm schon. Brenn doch mal endlich. Oh, verbrennt doch mal endlich Oh, jetzt brennt er, jetzt brennt er, jetzt brennt er, jetzt brennt er wirklich endlich mal Oh ja, endlich Oh nochmal Kombo Tschüss So, um dich komme ich jetzt auch Das wirst du nicht lange übernehmen Der ist down, tschüss Oh, Animation Death Wir haben es geschafft Wir können endlich weiter Wir müssen eigentlich beide am Ziel sein Was ist das für ein Ort Ich glaube, wir sind so langsam am Ziel, oder? Echt doch, ein ganzes Stück? Hallo? Ich habe genug gelitten Hm? What? Alice I failed Again I'm tired of my own incompetence I failed to save her Again This history is unnecessary If Ara Habaki was right I can just start over from the beginning again Again, as many times as I need to Use the red strings for Alice What was that? It's like Karin's thoughts were inside my head So him going back in time Was to save Alice What does he mean by as many times as he needs to? And he mentioned something about Ara Habaki Right Even if he goes back to change the past It doesn't necessarily mean Alice will be saved The future is always uncertain Once he determines he can't save her He goes back to the past to change history all over again And repeats the process So he's going to keep jumping through time until Aunt Alice is saved? Wait He time traveled after that, right? But Alice is still dead at this time He went back to the past But history hasn't changed So he failed? I've never seen my brother like that before Do you think he'll listen to us? Either way, he's our only lead We have to get him to cooperate Na dann Gehen wir mal da hin Okay Ja 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 Ver... Zerstör ich selber Oh, ich spiel nimmst trotzdem gerne mit Let's go Yo 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 Das hat mit dem wieder zu tun, Alter So Dann legen wir los hier Fern Sterbe einfach Ach, komm schon Nenn dich Ich mach den jetzt so platt, Alter Ach, komm schon Kann ich sagen, dass er noch nicht down ist, Alter Na, jetzt ist er wenigstens eine Beteiligemarsch Komm bitte, Kasane Nein Oh mein Gott, den haben wir ja schon die ganze Zeit mitgefistet Okay Oh shit, jetzt komm Ja Alter Oh shit, ausreichend Oh, leck mich doch Alter Komm schon Na, endlich So, und Ist er dir endlich mal gestunt? Oh Der kippt nie auf, hä Jetzt kippt auf Die War ja aufgehoben Perfekt Wir können also weiter Auf geht's Weiter zum nächsten Ziel Alter, es wird ja immer Würrer und Würrer Aber ernsthaft Auf der Ende Macht es wirklich schlau Auf der anderen Seite Ist es ein bisschen Pain in die Ales Dass wir immer noch hier sind Und immer noch nicht beim Final Boss Deshalb kann das End of the World Auch mal aufhören, oder? Ist zumindest meine Meinung Moment, wo ist immer eine Vor-Karte Ah Da ist ein Speicherpunkt Da Also noch zwei Kämpfe Wahrscheinlich offen Moment, das sind erst mal Komm mal raus Nimm sie mit Yes Das hat sie schön mitgenommen Das gefällt mir So Kyokas bereit Let's go Ah Das hat natürlich nichts gebracht Ja klar Jetzt sind es auf einmal Plötzlich drei, oder was? Am Arsch Bei dir sterben, oder was? Wo sind sie alle? Das mal eins So Ach Machen wir es eben Ja, sind alle weg, ne? Sind alle weg? Oh, jetzt Verrückt doch mal endlich Nein, ich will ja auch keinen Down haben, ey So, ich war voll daneben, ne? Komm schon Okay Ich hab'n Plan Jetzt Ich weiß nicht, wer Ein Zumindest Einmal So Bin bereit? Ich hab'n Keine Wahl Gehörnfeld Ah Schon wieder Muss ich das Ding einsetzen Schon wieder Again So wiederholten Tausende Zehntausende Mal, Alter Alter Das ist ja Das heftigste Finale Ich jemals gesehen habe So gespielt Was das Finale angeht Haben Das ist jetzt auch komisch Ich kann nie wissen, Alter Jetzt reicht mir jetzt mit dem Mal Ich hab'n Erstblatt Und Und Dom Und Roms Auf die Fresse Mit dir Macht das Spaß Oh Stufe Updates Perfekt Freuen wir uns Wir freuen uns Auch alle Drüber So Das war's Ach du Heilige Was mach' ich hier nur Eigentlich Aber mit unserem Punkt Könnten wir jetzt wieder Eine Upgrade Stufe machen Machen wir das Jetzt schnell voll Dann müssen wir noch Den Gehirnantrieb Voll machen Cool Kriegen wir hin Wird garantiert Easy Danke für den Tank Warum sind nicht so viele Würfel Und Ich versteh's Ne Nochmal Einzugsgabend Gut Und dann machen wir uns Bereit für den Letzten Zwischenfights Das ist doch geil Gehirnfeld Ausrüstung Genau das brauchen wir Doch hier Um die Alle in den Arsch Zu dappen Ja Einmal noch Diese Hohenzöhne So Los So What I So Whoa 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 Come Sean Ah So 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 What Los Wow Also Okay Danke What So Stell Der erste Ist raus Müssen wir nach den ausscheiden Und dann haben wir es geschafft Der kann nicht mehr lange Der kann auch nicht mehr lange los Die Frage Wer jetzt kommt Oh Gehörnerantrieb So Jetzt komm her Alter Okay Okay Dann haben wir erst mal Gestammt Das ist immer gut Jetzt machen wir ihn einfach nur noch Hier einfach Platz So lang Wieder noch Jungs haben ihn So Was von Die Eier Zutreten Ja Tschüss Oh Wir haben zwei von den Huren Ich könnte jetzt wieder auf Gehörnfeld wechseln Und können die einfach Wegblätten Oder Wäre das jetzt nicht die Ja Ich würde sagen Whisk on Ich kann es riskieren Ich habe jetzt Ich habe keine Angst Vor denen So Das wird jetzt Das wir schon lernen Das ist nie wieder Mit mir anlegen Ja So Wow Tja Wow So Dann machen wir es eben Alter Was zum Fick mach Alter Danke Danke Luca Klau wir Nur mal Mal raus Äh Will ich den langsam auch mal sterben Hallo Jetzt mit ihr Ah Der gibt nicht mehr lang Der gibt bald auf Der gibt so langsam halt auf Wir haben ein bisschen Zeit Keine Ahnung Also müssen wir es jetzt Auf anlegen Sehr gut Raus her Tichte so Heilige Das war heftig Und dort scheint es zu warten Das Finale Seid ihr genauso gespannt wie ich Auf jeden Fall Los geht's Das war heftig 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 Das war heftig